Ja, willkommen zurück hier bei Wolfenstein und wir sind immer noch hier im Funkturm und sagen hier einfach mal guten Tag und ich nutze wieder meine schöne, gute Tesla-Gewehr-Waffe und ja, mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche netten Sachen finden wie Geld oder Dokumente und da haben wir schon das zweite Geheimdokument kaum spricht man es aus findet man es auch schon muss haben wir noch öffnen und nein es ist nix drin so ja, lol hahaha ah weil das war eben so der liegt ja auch geil, ne? und das ist so ein Prikett ey, wie hat er das eine gemacht? schön beides zwischen Ruhr, äh, zwischen Ruhr warum auch nicht? haha, das sieht echt geil aus gut, so, also, wir können da lang werden wir wahrscheinlich auch müssen, du liegst aber auch extrem geil das ist irgendwie neuerdings, also, seit dem letzten Part, äh, haben die nette Art zu lieben, die Gegner seit, äh, neuem, also, das ist sehr nett so, hier verreckt komm ich hier irgendwie? nein gut so Federstock okay na, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben okay so, dritte Dokument haben wir jetzt ups was liegt denn hier durch die Gegend? egal sammeln wir hier mal das Geld ein Klanaten haben wir anscheinend genug Klanaten haben wir anscheinend genug Achtung! Schützen Sie diese Station zu zählen Preis! guti! so, bevor wir stoppen Sie die Spiegelung, bevor die Bordstattung beschädigt! was ist das denn hier? ach da drüben sitzen, Sniper! ok, Sekunde wenn ich hier wenn ich hier Raketen liegen kann das nur eins heißen, dass ich hier reinbreddern muss leil ahhh komm her da das kann doch nicht sein jetzt weg da hast du es jetzt mal da hinten so hier Ruhe da hinten so schnell wieder ein neues Zeugs aufsammeln hier so ich geh davon aus ja man muss da rein sehr schön es hat doch wunderbar geklappt ich kann da oben auch schon wieder äh paar Gegners oder? oh ja da laufen sie oder sterben sie ganz einfach so ach, da vorne haben wir noch einen auf ag n oh ich glaube wir dürfen das Teil wird benutzen ich glaube ich glaube ich bin mir aber nicht sicher Achtung! Schützen Sie diese Station um jeden Preis! So. Ach, da haben wir das Video geheimdokument. Ist doch in Ordnung. Stellen Sie sicher, dass alle Ausgänge überwacht werden! Ja. Dann gucken wir mal, was wir jetzt tun müssen. Oh! Ach, die Scheiße. Hier schon wieder. So. Hier. Ver-reck! So. Sehr schön. Oh, Hilfe! Ver-reck doch! Boah! Ja, komm, Junge! Oh! Ja, genau! Wie kann ich hier mich abwehren? Gleichzeitig Lebensenergie auffrischen und gegen den kämpfen und alles in einem und… Oh! So, hier Rätsel da hinten Ah, Briketts Cool Oder er hot in diesem Fall So Jetzt hier nochmal das Teil einsammeln Mach doch Wurdest du es mal aufmachen? Danke Zack Die Türen haken heute irgendwie So Einfach draufknallen So Okay Leute Ja genau Jetzt komm, lass mich runter Hier Ja Ja Hallo Lass mich doch wenigstens hier mal bisschen zur Ruhe kommen oder mal gucken wo Gegner sind Nein, das geht hier ja gleich los Und hier Ach, meine Güte Mach doch einfach mal auf Schlimm ist das Och ja, man kann durchs Fenster nicht mal springen Auch geil So, gegen Donnern Wo soll ich hin? So, jetzt renne ich ja schon mal Spiel wird gespeichert, gut So Jo Sonst noch wünsche Ah, fresse da, lass mich runter Ach du scheiße Äh Hier explodiert alles Was? Ach schade, ich dachte ich kann hier so ein Ding fahren Schade Willkommen ist hier in die Herbstadt No Donner-Symbol Okay Willkommen Das wird für mich so schwierig werden Weil ich muss einfach nur hier durchgehen Ein Agent des Kreisauer Kreises hat mir gezeigt Wie man die Funktürme ausschalten kann Die die Wölfe überall in der Stadt aufgestellt haben Er hat mir auch den Standort eines Hauptturms verraten Der auf dem Dach einer Funkstation aufgestellt wurde Was die Wölfe auch vorhaben Den großen Turm werden sie sobald nicht mehr verwenden Dafür habe ich gesorgt Ja Damit haben wir ja auch den geschafft Den großen Funkturm Und leider Ein bisschen Gold vergessen Aber Passt schon So Vorsetzen, bitte Huch Wollte gar nicht schießen Sorry Was beraten sie von ihrem Erfolg? Mach ich doch gerne So Erstmal hier kurz gucken Passt So Erstmal Was haben wir denn hier? Bringt sie den Kreisauer Kreisauer und der Schlupf von ihrem Erfolg Finden sie Erik Engel Er hat hier Erik Irgendwie ohne Schlupf das Kreisauer Kreis ist Bringt sie den Kreisauer Kreisauer und der Schlupf von ihrem Erfolg Ja wunderbar Da können wir doch direkt Beide Missionen abschließen So auf so einem Kreisauer Kreis Würde ich sagen Okay Hä Moment mal Wo war ist der Ausgang hier nochmal? Hä? Ah Lol Hier Ah cool Dokument hier Hier war doch Dokument Lol Ach Lol Hier ist auch noch Geld Warum sagt mir das denn keiner? Gut Ab in die Innenstadt Und ich geh davon aus Hier wird wieder Die Hölle los sein Oder? Oh ja Da vorne haben wir jetzt schon wieder Gecker So Klappe Einfach gegen Ratzen Man kriegt schon immer irgendwas platt So Guten Tag Ich wollte mal eben Einfach mal hier Das Achte Dokument erholen Cool Gibt es hier noch was? Ja Da gibt es noch Geld Geil Was man nicht alles mal so Nebenbei findet So Hier geht es glaube ich wieder raus Ja Ja Gut Ja Doch Passt So Wo können wir da Kreis Kreis Der war Meine ich doch Hier Ne Mh Gediggens Hier Eine Kanalisation Meine ich war der Speichern Gut Warte mal Ne Ne da ist der Goldene Morgen Der mit uns ja eh nichts mehr zu tun haben will Wie die uns ja freundlicherweise mitgeteilt haben Vor Einiger Zeit Okay Ja Gut zu wissen was hier alles Steht Ähm Okay zum einen bin ich falsch gelaufen Zum anderen Sind da ne Menge Ne Menge Von diesen Machtkanistern Ne gut Warben auch nicht So wo ist jetzt hier Der Kreis Aber Kreis Nochmal Da unten Damit ich doch Falsch gelaufen Meine ich Okay Wieder hoch So Hier lang oder Nein Hier lang Och wie der rennt Ist ja grausam Kreis Kreis Aber Kreis Hier lang Okay Hä Hier sollte es drin sein oder Kann es doch sein Das ist hier Ja Hier Gut So Und damit bende ich den Part Und wir sehen uns im nächsten Part Bis dann Das ist hier Ja Bis dann Vielen Dank.